Einen schönen guten Tag aus Münster, Oberseugnermarkt hier mit dem Wetter für die Mittagsrunde. Der Wetter bestimmt heute ist ein Hochflug-Einfluss für Zentraleuropa in einer kalten Luftmasse. Deswegen überwiegende Flugplatzbedingungen vom Nordwesten. Hier hält sich hier im Bereich des nördlichen Atlantiks ein neues Bondensystem, zunächst für eine schwache Warmfront mit etwas mehr Verwölkung und erst morgen relevant werden für diese Kaltfront. Laufzeit, LHCG, Westen, 272, DG, 262, DG 28, KFD. LHCG, 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 LHCG. LHCG, 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 LHCG. LHCG, 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 LHCG.